Kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht. Ich bin gerade mit meinen Fingern in der Gewicht. Ich will heute auch schön aussehen. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich hab sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, hab ich was bei dir gesagt? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz... Das ist nicht witzig. Aber es ist doch schon fast zwei Tage her, dass du dir das QT375 gegeben hast, oder?